Zeit zum Entspannen brauchen wir alle und die sollten wir uns manchmal nehmen. Und deshalb herzlich willkommen zu meinem Kanal mit der Playlist Acrylbilder gießen und dazu meditative Musik hören. Genau darum geht es in meinem heutigen Video. Ich wollte wieder einmal ein Acrylbild gießen und ohne etwas neu kaufen zu müssen, habe ich ein altes Werbeplakat genommen und genau diese wunderschöne Acrylgießerei darauf jetzt für mich gemacht. Und die Musik, die ich dazu unterlege, ist auch von mir. Also, viel Spaß bei einer kleinen Meditation. Gönnt euch diese Zeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020